Öffnet das erste Tor. Öffnet das zweite Tor. Öffnet das dritte Tor. Öffnet das dritte Tor. Herr Ritzer, ist eure Lieben so heiß, wie ihr mir schwört zu jeder Stunde? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Den Dankdame begehe ich nicht. Das war's für heute, das war's für heute.